Die Steine, die Erde und so nicht mehr unten in den Kisten verstaut, weil die nehmen ja schon viel Platz weg, die Steine im Allgemeinen. Man könnte die Steine ja auch zusammen noch komprimieren, wie auch immer, aber das ist doch eine bessere Lösung hier, finde ich. Ja, ist nicht schlecht an sich. Ja, so, wollen wir erstmal gucken. Also ich würde auf jeden Fall noch zwei Upgrades machen, einmal für den Stein und einmal für Erde, dann mache ich einmal für Holz, ich weiß noch nicht welches Holz ich das machen werde. Ja, wenn du eine Baumwärm hast, dann wird es eigentlich klar, was für ein Holz du benutzt. Ja, auch gut. Auf jeden Fall habe ich Oakwood-Pflanze mit. Ich habe sogar eine Oblung. Oh, ein Oak-Sapling habe ich. Ja, sehr gut. So, und zwar brauche ich jetzt erstmal... Okay, ich sollte glaube ich gleich mal irgendwie... Ich habe irgendwas im Internet gerade angemacht. Ist jetzt dermaße leckt. Okay. Nicht gut. Nein. Weil ich gerade irgendwie angestopst wurde, auch im TS und so und dann wieder das Spiel rausgegangen und dann ist es gleich abgestürzt und so. Ja, ich, ich, ich wurde auch gerade von Justin angestopst, habe ich gerade gesehen. Bei mir hier noch viel Spaß wünschen und so, das ist ja auch nett, aber... Ah ja. So, Input ganz gering, Output ganz riesig. Zack, jetzt sollte das Ding eigentlich relativ schnell laufen. Nö, immer noch nicht. WTF? Warum läufst du nicht schnell? Warum kriegst du keinen Strom daraus? Ah ja, ich weiß wiederum. Ich bin so intelligent. Was muss orange? Ich mache einfach alles vor orange, ist ja egal. Den mache ich. Den Stück mache ich jetzt. Zack. Jawollo. Ich weiß, ich brauche... Brauche ich 20 Kolben. Okay, jetzt läuft es auf jeden Fall ganz gut. Durch das Ding jetzt hier, ja, passt schon. Das Ding ist aber gleich schon wieder leer. Shit. Ich glaube, ich pendle jetzt einfach immer nur die ganze Zeit hin und her und tausche die Energie. Ich habe mir so Batterien jetzt gebaut. Okay. Kann ich dir nicht auch empfehlen? Du hast ja auch relativ viele Magma-Generatoren bei dir unten im Keller, ne? Ja, Magma-Generatoren, ja. Da kannst du dann auch Energie halt speichern in so einem Ding. Okay. Das ist eigentlich nicht schlecht an sich. Wo soll ich unten? Ach, ich wollte doch gucken, ob ich hier Steine irgendwo habe. Obwohl ich ja mein, äh... Könnte ja da unten gehen und da die Steine rausholen, aber... Oh ja, Truden brauche ich gar nicht versuchen erst zu öffnen. Na doch, das ging jetzt. Das ging auch. Okay. Habe ich, habe ich auch noch so viel Cobblestone. Was, Decks noch? Warten. Ich fliege jetzt erstmal wieder nach Hause. Ja. Zack. Pack den Müll hier weg. Ja, so viel Müll im Moment hat, das ist so ätzend immer. Glaub ich gern. Das gehört da rein. Federn? Wo werden Federn denn rein? Da? Kommst doch bitte, dass wir Necron-Mortic-Bone haben. Jawoll! Könnt man eigentlich Herzkanister machen. Mach ich auch. Ja. Hartkanister. Ja. Ja. Hart. Wo ist das denn? Da. Ich habe mir jetzt Pisten gemacht. Zehn Stück. Wird wahrscheinlich nicht reichen. schon. Man schreibt doch hart Herz im Englischen noch nicht H-E-A-R-T, oder? Doch. Hart ist äh H-E-A-R-T, ja? Doch. Das schreibt man so. Echt? Ja. Mein Gott. Ja. Ähm. Aluminium. Aluminium haben wir glaube ich gar nicht, oder? Ja doch, hier. Aha. Ein Stück. Okay, es dauert alles ein bisschen länger, die Sachen aufzurufen bei mir momentan, wegen dem Internet. Ist ein bisschen blöd. Aber passt schon. Bei mir nicht. Doch. Bei mir geht's gar nicht noch irgendwie. Ja, aber du hast wahrscheinlich auch nichts im Hintergrund laufen oder so. Ich habe jetzt wahrscheinlich YouTube oder so angehabt. kurz. Wie Ping? Man sieht's auch in der Ping. Einfach mein Ping ist einfach mal ähm, ganz schlecht. Oh, jetzt bräuchte ich hier vier Diamanten. Ah, vier Diamanten dafür. Jetzt krieg ich jetzt Damage. Für die F. Ähm. Apfel. So, zack. Komm, komm. Ich weiß mir wie die Werkbench hier wohl. Da kommen die hin. Und schon habe ich ein Herz mehr. Schon ist gut. Hat nicht funktioniert. Komm. Geh auf den zweiten Reiter. Lol. Ah, jetzt geht's. Mein Gott hat das lange gedauert. Okay, und ich krieg kein Herz dazu oder was? Oh Leute, es sollte jetzt ein Herz mehr da erscheinen. Naja. Doch, da ist es. Da ist es. Haha. Weil ich nicht voll gegessen war. Deswegen. Jep. Ähm. Ei. So. Jetzt habe ich acht Kisten davon. Was lasse ich da mal dazu trennen? Das kann man ja immer machen mal. Da habe ich davon nur fünf Stecken. Na toll. Das brauche ich momentan nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Jawohl. Mein Cleaver brauche ich auf jeden Fall. Ein Upgrade. Machst du dir das gerade auch größere Upgrades? Oder machst du dir für jede Kiste halt einen Upgrade? Also ich mache erstmal nur ein Upgrade mal drei. Wenn ich mir jetzt anfangen würde... Das reicht auch, eh? Ja. Es reicht sogar gar kein Upgrade. Dann stellst du dir eine zweite Barrel daneben, schon hast du 124 Platz für Stein einfach. Also Stacks, Stein. Aber du musst dir vorstellen, 256 Stacks mal 64 musst du auch mal rechnen. Jaja klar. Das ist richtig übertrieben. Ja. Würde ich sagen. Also das reicht schon vollkommen. Zu brauche, was wir machen. Einen Holz Upgrade machen. Ist er teuer. Ist er teuer. Ist er teuer. Ist er teuer. Ich vergesse mal, was ich machen will. Jetzt weiß ich es wieder. Falsche Seite. Habe ich jetzt das? Ich brauche... Das ist noch... Alter, das ist noch nicht fertig. Ich habe jetzt fast eine komplette halbe Resonance-Tongbox, also eine Doppelkiste voller Bricks. Das ist richtig, richtig gut. Na ja, mein komplettes Wetter ist jetzt voller Bricks. Erstmal... Räuft bei dir. Erstmal Dings rausmachen. Fein. Och, ich brauche mehr. Oh. Okay. So, nochmal 8. Was sind jetzt? Mach ich nochmal ein Pass. Nein. Dafür geht das mal reichen. Ach, nein. Habt ihr noch Tintenfisch-Dingsbums-Teile? Ja, ich weiß schon, die Farbe davon, oder was? Ja, ja, die schwarzen Teile. Die brauche ich auch so viel. Das ist nicht normal. Gucken, ich weiß es. Ja, wenn ich es auch nicht stelle. Ja, weil ich kann nicht... Die hab ich doch alle da reingetan. Mein Gott. Geht doch. Ich brauche hier nur zwei Upgrades. Ich brauche hier nur zwei Upgrades. Ich brauche hier nur zwei Upgrades. Ich brauche hier noch gleich einen neuen da hinten. Hab ich hier. Okay, jetzt mach ich das nochmal. Holz Upgrade. Und jetzt... Holz Upgrade drin. Und da habe ich auch das Holz drin. Und jetzt kommt... Eisen Upgrade. Mal und mal. Jetzt kommt... Das ist heute für so lange auf dem Crafting-Tabler zuzulaufen. Mann. Ja. Komm schon. Bye. Da müssen Sachen drin sein, bis die Upgrade sind. Weil hier steht jetzt nur zwei von drei Upgrade Slots, zwei von drei. Gut, zwei von drei. Ja, da steht Upgrade Slots, zwei bis drei. Also schräg schräg drei. He? Okay. Ja, hier kann ich maximal 128 stacken. Bei dem Stein konnte ich 256. Hast du denn irgendwas anderes da drin? Eigentlich nicht. Hab da nur jetzt Erde drin. Ja, okay. Mit Erde sollte es auch funktionieren. Also es kann sein, dass du zum Beispiel mit 1600 Stacks oder so nicht so viel machen könntest aber sonst. Alles. Ja, ich kann nicht so viel rausnehmen. Wollte mir vielleicht noch mal ein paar Pisten machen. Mal so ein paar. Mal so ein paar. Ich finde das sehr gut. Besser wissen als nicht wissen. Ja, aber ich weiß was ich falsch gemacht hab. habe einfach ein normales upgrade genommen und nicht das drei upgrade okay jetzt sagt er mir natürlich einfach für ihn normal noch ein paar machen habe ich davon habe ich natürlich nicht kann ich mir davon noch noch zwei stück machen noch mal und dann habe ich das auch noch mal da brauche ich nicht noch so viel arbeit mein haus zu bauen aber 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 dein haus sieht ja auch nicht so schlecht aus gerade also ich habe da jetzt ja okay ich sage aber das gleiche muss ich noch mal bauen fertig wird so wie ich mir das vorstelle fertig wird das gleiche noch mal umgekehrt obendrauf setzen das wird auch noch mal so als zweite etage mäßig ja alles hat einmal abgelaufen das finde ich sehr sehr schön ja da ist mein timer nämlich gerade so langsam zum schluss kommen mache ich eben die schnee blöcke hier fertig ja ja aber jetzt habe ich ja nur diese folge will ich ganz schnell zum schluss kommen weil das lecker unmenschlich ja okay ja es nicht ja nicht egal also ich kann auch noch ein bisschen was machen also jetzt bin ich gerade an einem werkbench jetzt muss es gerade nicht aufrufen jetzt kann ruhig noch was machen ich glaube wir waren das war das komplett drumherum nee war nicht komplett drumherum wie war denn das shit so gucken snow brick ach und dann und dann sollten wir echt zum ende kommen macht das noch eben fertig hier einmal ja einmal dann habe ich hier 192 upgrade okay dann heißt es ich hätte noch einmal hätte ich auch gleich die drei allerdings reinpacken können egal egal ja also wenn es euch gefallen hat dann freue ich mich über eine kleine bewertung von euch schaut auch bei den anderen vorbei alle links in der beschreibung drin und dann sehen wir uns einfach das nächste mal bei minecraft jutsch wieder an ey bis denn ciao bye bye